Ah, neeeeaaaaaaah Ne, nicht nur, oh ich will wieder oder was Och manne Scheiße ey, was hab ich denn angemacht Das war jetzt mies, das war fies Das war eine Fehlermeldung Und ich, oh ich blute Upsa, hat mir was aufgekratzt im Gesicht Und ich weiß nicht, was das für eine Ferdermelung war Jedenfalls mittendrin Scheiße Das Spiel ist abgestürzt Und ich laufe hier runter Wir machen jetzt Speedrun Das heißt einmal zack, zack Weil ich denke mal, die Gegner spawnen an Spawnen immer wieder Ich hoffe, die laufen ja nicht hinterher Können sie jetzt sowieso nicht machen Ah, Scheiße Oh ja Ja Darf ich schicken? Ja Schieter Ihr seht's Oh, ich hab hier neue Waffe Hallo Oh, wie viele Lebenspunkte haben die? Diese Kackfressen, ey Hackgesichte Aber toll, ich hätte sie auch wegsprengen können Ah ja, dann versuchen wir es halt so Aua Ja, da musst du nachher, du Mistich Oh, das ist sowas von nervig, ey Mann Und dann laufe ich hier mit den Lebenspunkten rum, ey Das ist nicht möglich Das ist doch eigentlich unmöglich, ey Gibt es den Sheet Gipf-Helf Ey, das will ich jetzt herausfinden Ich bin gleich wieder da Moment Es gibt einen Sheet Und zwar, ähm Folgendes Ich will es mal ausprobieren Weil, es ist unmöglich Ich schaff's nicht Ich versuch die Bei Och Mann, mein Mikrofon Aua Mein Fitem Unterstrich Elfkit Klapp's Ah, von wegen Was, was soll das? Das ist auch zum kurzen Ich guck nochmal nach Moment So, ich probier's nochmal Irgendwie Ich bin voll der dreckige Sheeter Ich weiß Ähm Elfkit Das ist doch richtig Warum funktioniert das nicht Verdammt nochmal Gef Eten H-E-E-A-L-T-H Kit Ich hab's doch richtig Geschrieben Verdammt nochmal Die Sheets funktionieren nicht Ich muss nochmal nachschauen Ja, ich glaub Das Spiel verweigert mir Offiziell zu Sheeten Was war das? Wieso Nimmt Phirps etwa noch auf? Moment Ich check's mal Och, was ist so ein Scheiß hier Ja, Phirps nimmt offenbar noch auf Und das Spiel scheint noch zu funktionieren Och, meine Fresse Ich glaub's nicht Ich bin hier in Ich hab keine Lust mehr Ich hab keine Lust mehr Ich mach das jetzt ganz anders Ich mach's Das wird Speedman Ähm Oh, das ist mir zu gefährlich Das ist der erste Pumpe gewesen Pumpe 1,1 fertig Da, ihr seht's So, hier nur noch wieder Sauber runter Und sauber an diese Ich hasse euch alle Viecher vorbei Von einer irgendwie großen Wie komm ich da vorbei Das ist ein Laufen, ne? So Oh, die haben mich gesehen Ich weiß Schau sie Ich bin sogar hinterher Au Ach man, ihr Sackgesichter Dann kommt hinter einer Auch noch einer Und killt einfach von hinten Oh man, diese Ladezonen Sind zum kurzen lang Ich bin kurz vorm sterben Ich bin tot Das ist unmöglich zu schaffen Das ist unmöglich zu schaffen Versuchen wir's auf eine andere Weise Pass auf 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 Schieß doch! Das hat doch geklappt mit meinen übrigen Lebensbocken, hey! Dass ich mich ja einen immer nerven müssen. Das ist doch krass. Ich dachte, hier wäre ich sicher. Oh, das klang aber nicht gut. Meine unendlichen Vorräder und Munition sind auch schon fast erschöpft. Ah, so wurde angekommen. Sterben, musst du sterben. Ich habe es dir befunden. Hast du es nicht gemerkt? Scheiße, ey. Es rennt ja darum. Du hast den Strom angelassen. Musst du beachten. Ja, super. Einer reicht mir. 62% von Part 5 sind fertig. Und die Folge 1 ist fast zu Ende. Mann, lade! Scheiße. Wenn das Spiel nicht ein schnell Leben gibt, dann ist man doch tot, oder? Oh, diese Summe ist ja so am Kotzen. Ich habe nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass ich das Gloengewehr benutzt habe. Verdammtes Scheiß. Ich brauche Radioaktiv Moon doch! Jetzt gehen wir hoch und sterben. runde auf links auf rechts links links los ja klar ja klar ja 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 genau das ja 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 super wie soll ich den auffallen verdammt